Moin Leute, ich bin's wieder, euer SoulDie. Heute mit einem Video zu The Walking Dead Survivors und das Thema ist der Serverwechsel. Ich habe das schon getan, viele andere haben es getan, du möchtest es auch tun, weißt aber nicht wie. Das erkläre ich dir in diesem Video und es spielt keine Rolle, ob du jetzt aktuell die Season 2 vor dir hast, die Season 3 oder die Season 4. Du kannst nach jeder aktuell abgelaufenen Staffel den Server wechseln. Wie lange hast du dafür Zeit? Du hast 3 Tage Zeit, ab dem Zeitpunkt, wo der Serverwechsel möglich ist. Du musst innerhalb dieser 3 Tage den Server wechseln. Und das Wichtigste ist, du hast ein paar Voraussetzungen, um den Wechsel vollziehen zu können. Aber ist ja auch ganz logisch. Also deine Truppen dürfen nicht gerade sammeln gehen, nicht in Außenposten stecken, du darfst da gerade nichts angreifen. Alle Männchen, alle Truppen müssen zu Hause sein und dann kannst du den Server wechseln. Wie wechselst du den Server? Den Server wechselst du, indem du Items kaufst. Und zwar Relocation Items. Eventuell hast du noch welche in deinem Inventar. Ansonsten kannst du, wie gesagt, wenn die Server offen sind, zum Wechseln dir diese käuflich erwerben. Das Billigste sind 5 Euro. Das reicht auch für die meisten. Also wenn du jetzt nicht 200 Millionen Power hast und in der Rangliste ganz oben bist, dann reichen dir diese 5 Euro. Im Hintergrund seht ihr mal das Ranking. Also je höher und je stärker du bist, umso teurer wird der Server wechsel für dich. Von daher guckt lieber vorher, teste es. Unten rechts erscheint dann die Weltkugel oder im Menü der Season, der jeweiligen aktuellen Season. Du kannst den Server wechseln und es wird dir denn, weil du nicht genügend Items hast, angezeigt, wie viele dieser Items du benötigst. Benötigst du 10 dieser Items, musst du halt zweimal diese 5 Euro Pakete kaufen. Ich glaube, das steigt sogar immer. Okay. Aber wie gesagt, wenn ihr die Fresse voll habt vom aktuellen Server oder ihr möchtet wachsen und das könnt ihr nicht auf euren aktuellen Server oder ihr habt gar keinen Bock mehr auf eure Leute und ihr wollt unbedingt den Server wechseln, der richtige Zeitpunkt ist immer nach jeder Season. Und wie gesagt, 3 Tage habt ihr Zeit. Okay. Wenn ihr Fragen habt zum Wechsel auf einen anderen Server, schreibt es ruhig in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch aktuell viel Spaß bei der neuen Season. Egal, ob du jetzt die Season 2 vor dir hast, die Season 3 oder die Season 4 oder auch gar die Season 5. Haltet zusammen, streitet nicht, kein Mobbing, alles friedlich und viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Video. Euer SoulEye. илet ждet. ...